2, 2 1, 2, 2 Kennst du das auch, dass dir die Worte fehlen? Du nicht weißt, wie du's sagen kannst, ja Kennst du das auch, dass dein Wort nicht reicht? Für das große Gefühl, dein Herz springt und tanzt, ja Ich glaub, da rein ein Lied kann die Welt verändern Ich glaube, alles wird sich sowieso verändern Alles ist Musik, Musik ist alles Alles ist Musik im Fall des Falles Wenn nichts mehr geht, fang an zu singen Chaos im Kopf ist Tu, Wabu, Chaos im Kopf ist Tu, Wabu Alles ist Musik, mach mal lauter Alles, was fremd ist, wird uns vertrauter Wenn nichts mehr geht, fang an zu singen Chaos im Kopf ist Tu, Wabu Chaos im Kopf ist Tu, Wabu Chaos im Kopf, das kennen wir alle Chaos im Kopf ist wie eine... Wir kommen von Chaos im Kopf ist Tu, Wabu Chaos im Kopf ist Tu, Wabu Für euch geht's mit dem rechten Fuß raus Und der linke geht wie ein Pfeil quasi nach vorne Jetzt passt auf, dass ihr nicht schumm gleich nach unten geht, sondern versucht es möglichst lang hier oben zu ziehen Okay? Gleichzeitig, wenn euch das nicht durcheinander bringt, könnt ihr hier mit dem Beat mitwippen Chaos im Kopf, das kennen wir alle Chaos im Kopf ist wie eine Falle Und jetzt gehen wir einmal nach innen und klick, nach außen und klick. Das ist eine Bewegung aus dem Locking bzw. Whacking. Kann man auch auf YouTube suchen, wenn ihr jetzt eh nichts zu tun habt. Und zwar geht es so oder so, je nachdem wie man die Hand halten will, geht auch so. Kann man ganz verschiedene Sachen machen. Ihr kennt es vielleicht auch von Michael Jackson, Kurios. Man versucht immer quasi zuzusperren und aufzusperren. Zuzusperren, also nach innen und aufsperren. Wir gehen, aber wir zeigen wieder mit dem Finger. Nach innen, klick, nach außen. Außen, klick. Bisschen schneller. Sechs, sieben, acht. Innen, klick und außen, klick. Noch schneller. Sechs, sieben, acht. Innen, klick und außen, klick. Innen, klick und außen, klick. Das ist mega schnell. Fünf, sechs, sieben, acht, innen klick und außen klick. Das heißt, wir haben Chaos im Kopf, ist aber auch gut. Chaos im Kopf gibt dir Schub, zeigt mir eure Muskeln, gibt mir Mut. Wir schließen nach links, wie so der Mr. Burns von den Simpsons. Ich könnte euch viel erzählen über meinen Kopfsalat. Du wächst über dich hinaus. Nochmal. Ich könnte euch viel erzählen über meinen Kopfsalat. Du wächst über dich hinaus, macht dich weich, macht dich hart. Ja, also so ein bisschen nur den Oberkörper nach hinten. Nimm nicht den Popo nach hinten, schaut ganz, ganz anders aus. Wir kommen von Chaos im Kopf ist Tohuwabohu. Chaos im Kopf ist Tohuwabohu. Chaos im Kopf, das kennen wir alle. Chaos im Kopf ist wie eine Falle. Chaos im Kopf ist aber auch gut. Chaos im Kopf gibt dir Schub, gibt dir Mut. Ich könnte euch viel erzählen über meinen Kopfsalat. Du wächst über dich hinaus, machst dich weich, macht dich hart. Chaos ist Benzin, damit der Kopf sich dreht. Und jetzt dreht euch wirklich auf einem Bein. Chaos ist der Motor, der die Welt nach vorne trägt. Und hier könnt ihr euch eine eigene coole Pose suchen, die vielleicht so ist. So, so, so. Okay? Der nächste Teil ist viel einfacher. Wir gehen wie ein Segelflieger rum. Zweimal acht, das heißt eins zu dürfen, sechs, sieben, acht, zwei zu dürfen, sechs, sieben, acht. Und in die andere Richtung auch wieder rundum. Okay. Bisschen schneller, die zweite Strophe. Wir kommen von Chaos im Kopf ist Tohuwabohu. Chaos im Kopf ist Tohuwabohu. Chaos im Kopf, das kennen wir alle. Chaos im Kopf ist wie eine Falle. Chaos im Kopf ist aber auch gut. Chaos im Kopf gibt dir Schub, gibt dir Mut. Ich könnte euch viel erzählen über meinen Kopfsalat. Du wächst über dich hinaus. Mach dich weich, mach dich hart. Chaos ist Benzin, damit der Kopf sich dreht. Chaos ist der Motor, der die Welt nach vorne trägt. Check it out. Das muss richtig, richtig, richtig schnell werden. Von Chaos im Kopf, das kennen wir alle, okay? Fünf, sechs, sieben und Chaos im Kopf, das kennen wir alle. Chaos im Kopf ist wie eine Falle. Chaos im Kopf ist aber auch gut. Chaos im Kopf gibt dir Schub, gibt dir Mut. Ich könnte euch viel erzählen über meinen Kopfsalat. Wächst über dich hinaus. Mach dich weich, mach dich hart. Chaos ist Benzin, damit der Kopf sich dreht. Chaos ist der Motor, der die Welt nach vorne dreht. Check it out. Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben und Kennst du das auch, dass dir die Worte fehlen? Du nicht weißt, wie du sagen kannst, ja. Kennst du das auch, dass dein Wort nicht reicht? Für das große Gefühl. Dein Herz springt und tanzt, ja. Ich glaub, der reine Lied kann die Welt verändern. Ich glaube, alles wird sich sowieso verändern. Alles ist Musik, Musik ist alles. Alles ist Musik, im Fall des Falles. Wenn nichts mehr geht, fang an zu singen. Chaos im Kopf ist wie eine Worte. Alles ist Musik, mach mal lauter. Alles, was fremd ist, wird uns vertrauter. Wenn nichts mehr geht, fang wir an zu singen. Chaos im Kopf ist Tuwaburu. Chaos im Kopf ist Tuwaburu. Chaos im Kopf, das kennen wir alle. Chaos im Kopf ist wie eine Falle. Chaos im Kopf ist aber auch gut. Chaos im Kopf, gibt dir Schub, gibt dir Mut. Ich könnt euch viel erzählen über meinen Kopfsalat. Du wächst über dich hinaus, mach dich weich, mach dich hart. Chaos ist Benzin, damit der Kopf sich dreht. Chaos ist der Motor, der die Welt nach vorne trägt. Check it out. Das Wort frei klingt in jeder Sprache so anders. Und es fühlt sich gut an, wenn man frei sein kann, ja. Wir sind alle gleich, doch so verschieden. Und wenn uns die Worte fang wir an zu singen, ja. Ich glaub, da rein ein Lied kann die Welt verändern. Ich glaube, alles wird sich sowieso verändern. Alles ist Musik, Musik ist alles. Alles ist Musik im Fall des Falles. Wenn nichts mehr geht, fang an zu singen. Chaos im Kopf ist Tuwaburu. Chaos im Kopf ist Tuwaburu. Alles ist Musik, mach mal lauter. Alles, was fremd ist, wird uns vertrauter. Wenn nichts mehr geht, fang wir an zu singen. Chaos im Kopf ist Tuwaburu. Chaos im Kopf ist Tuwaburu. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wenn es euch gefallen hat, drückt hier unten diesen Abonnieren-Button-Knopf, damit ihr mitkriegt, wenn ich wieder Tanzkirografien poste und ihr die einfach daheim online mitlernen könnt. Bis nächstes Mal. Wenn nichts mehr geht, fang an zu singen. Chaos im Kopf ist Tuwaburu. Chaos im Kopf ist Tuwaburu. Bis zum nächsten Mal.